Und was für ein T-Shirt trägst du, um ventiliert zu bleiben? Ein blaues? Was steckt hinter den vielen T-Shirts, die es im Geschäft zu kaufen gibt? Ist das alles nur Marketing oder ein hübscher Aufdruck? Oder hat es doch etwas zu bedeuten, wenn sich das eine T-Shirt weich anfühlt und das andere luftig und noch eines ganz anders? Das klären wir heute im Bergsteigen-Grundlagenkurs. Das klären wir heute im Bergsteigen. Sommerbekleidungen, also einem einfachen T-Shirt ohne etwas drunter. Grundsätzlich für jede Jahreszeit gemacht, aber in den Materialien findet man dann doch so den ein oder anderen Unterschied. Und das hat dann wiederum deutliche Auswirkungen auf die Funktionalität und den Komfort. Steigen wir also direkt ein in die Wissenschaft und schauen wir uns erstmal die besten Materialien fürs Berg-T-Shirt an. Wir schwitzen am Berg und das resultiert in, große Überraschung, nasse T-Shirts. Verschiedene Materialien können das unterschiedlich gut handeln, weshalb man eben in den späten 90ern die Funktionsmaterialien erfunden hat. Baumwolle und Flanell, die als nasse, unangenehm kalte Ekelpakete am Körper hingen, wenn sie mal nass waren, waren damit Geschichte. Und es kam Polyester. Das hatte zur Folge, dass alle Hersteller sich dachten, yes, wir machen jetzt Polyester-Shirts, denn die kann man unterschiedlich dick produzieren und dann einmal als warm und einmal als atmungsaktiv verkaufen. Und tatsächlich, die Vorteile von Polyester sind, dass man es unglaublich gut und fein verarbeiten kann. So gibt es extrem dünne Verarbeitungsmethoden, welche mit Löchern, also super atmungsaktiv, aber auch dicke Verarbeitungsvarianten, die dennoch Feuchtigkeit aufnehmen und nach außen hin schnell wieder trocknen. Die Idee war also genial. Außerdem konnte man Polyester unglaublich leicht verarbeiten, wodurch T-Shirts mit weniger als 100 Gramm möglich waren. Eine Eigenschaft, die man in jeder Marketingabteilung ausgeschlachtet hat bis zum Gehtnichtmehr. Doch womit keine Marketingabteilung bisher geprahlt hat? Der Geruch. Wenn ihr mal ein Polyester-T-Shirt drei Tage am Stück anhabt, werdet ihr merken, wie am dritten Tag selbst die Kakerlaken aus der Küche angewidert ihre Sachen packen und das Haus verlassen. Und genau das ist für alle Leute ein Problem, die eben nicht jeden Tag das T-Shirt wechseln können. Besonders perfide an Polyester. Wäscht man es, also nicht ausreichend lang und genug, oder eben mit einem entsprechenden Waschmittel, dann geht der Geruch auch nicht wirklich raus. Bedeutet, Backpacker können mit Polyester-T-Shirts insofern die Arschkarte ziehen, als dass sie relativ viele davon mitbrauchen, wenn sie in der nächsten Hütte auch noch reingelassen werden wollen. Außerdem haben wir mit Polyester ein Plastikprodukt, also besser gesagt ein Kunststoffprodukt. Und weil wir auch zukünftigen Generationen Natur und Umwelt hinterlassen wollen und nicht nur Plastik, sind Kunststoffprodukte aus ökologischer Hinsicht absolut beschissen. Also alle, die jetzt ein Polyester-T-Shirt zu Hause haben, schämt euch. Naja, also schämen muss sich jetzt keiner. Aber klar, ökologisch ist das eben nicht, wenn man in heutiger Zeit noch Kunststoffe ohne Ende kauft. So, also schauen wir uns kurz die Pro- und Kontraliste an. Auf der Pro-Seite haben wir schnell trocknen, angepasst produzierbar, atmungsaktiv und leicht. Auf der Kontra-Seite, sie stinken extrem schnell, sie haben eine elektrostatische Aufladung und sie sind nicht sehr ökologisch. Weil das Leben ja immer eine Frage der Alternativen ist, bringe ich jetzt einen weiteren Konkurrenten ins Spiel, nämlich Bambus. Und da haben wir tatsächlich einen sehr ebenwürdigen Konkurrenten, wenngleich beim Bambus-Kleidung noch ein sehr junger Marktteilnehmer im Spiel ist. Aber wie funktioniert Bambus-Kleidung eigentlich? Natürlich. Bambus soll die umweltfreundliche Alternative schlechthin sein. Um aus den Bambusstöcken jedoch die Kleidung zu machen, ist aber einiges an chemischen Prozessen notwendig. Die supergrüne Alternative ist das also dann doch nicht ganz, obwohl sie sehr gern als das verkauft wird. Um Bambus so weich zu bekommen, braucht es also Chemikalien, die absolut nicht ökologisch sind. Der Grundstoff aber, ja, der ist im Prinzip ökologisch. Bambus eben. Aber was kann er? Die Bambusfasern sind wie auch Polyester sehr, sehr atmungsaktiv, nehmen also den Schweiß auf und geben ihn auch wieder ab. Der Unterschied ist jedoch, dass die Bakterien auf Bambus nicht vernünftig andocken können, selbst nach der chemischen Behandlung. Das Resultat lautet, kaum Gestank, auch nach häufigem Tragen. Bambus ist jedoch nicht auf ein Minimum an Dichte und Stärke zu produzieren, wodurch es eben verarbeitungsbedingt zu einem gewissen Minimalgewicht kommt. 200 Gramm muss man für normal große Bambus-Shirts in etwa einplanen. Nachdem fast allen Bambus-Shirts auch etwas Elastan beigefügt wird, sind Bambus-Shirts auch stretchfähig und dehnbar. Leider verhält sich das bei Bambus nicht immer zum Vorteil, denn wenn Bambus mal ordentlich angesoffen mit Feuchtigkeit ist, wird es erstmal recht schwer und die Dehnbarkeit zieht das Shirt dann in die Länge. Dass Bambus schnell trocknend und auch sehr hautfreundlich ist, macht das System aber nochmal etwas sympathischer. Ein Problem von Bambus ist jedoch die materialbedingte Dichte beim Gewicht, habe ich schon angesprochen, aber die Tatsache, dass die Dichte natürlich vorgegeben ist, hat eben noch einen Nachteil. Polyester-Shirts können deutlich dünner und mit Löchern und Schlitzen verarbeitet werden. Somit ist das dünnste Polyester-Shirt deutlich luftiger als das dünnste Bambus-Shirt. Somit kann es sein, dass man obwohl Bambus atmungsaktiv ist, an richtig heißen Tagen einfach mehr schwitzt als in manchen Polyester-Shirts. Schauen wir uns das nochmal in der Übersicht an. Bambus ist atmungsaktiv, trocknet sehr schnell, etwas ökologischer als Polyester und ist auch sehr hautfreundlich. Nachteile sind das etwas höhere Gewicht, die Tatsache, dass für die Produktion viel Chemie notwendig ist und das nicht extrem dünn und individuell verarbeitet werden kann. Und jetzt werfe ich euch noch einen dritten Kämpfer ins Rennen, der eigentlich aus dem Wintersport kommt, aber in den letzten Jahren auch immer mehr im Sommer mitwischen will und das ist Merino. Merino, da verstehen die meisten nur kuschelige Thermounterwäschen drunter, aber das gibt es auch in richtig sommerlich. Und das lohnt sich bei Merino so richtig. Denn Merino ist von Haus aus unglaublich dicht verarbeitet, was es sehr warm macht. Ein Mikrometer Merino ist deutlich wärmer als ein Mikrometer Polyester. Und weil man Merino ebenfalls sehr dünn verarbeiten kann, ist Merino unglaublich leicht, vor allem bei den Sommer-T-Shirts. Merino ist außerdem sehr atmungsaktiv und transportiert äußerst schnell Feuchtigkeit von innen nach außen. Merino-Shirts brauchen wirklich nicht lange, um wieder trocken zu sein. In der prallen Sonne reden wir nach dem Waschen von einer halben Stunde bis einer Stunde, bis sie komplett trocken sind. Auch wenn andere Materialien ähnlich schnell sind, kaum jemand schlägt Merino in diesem Punkt. Das Positive ist, dass man Merino auch dicker verarbeiten kann, was dafür sorgt, dass man dünne Shirts für heiße Tage und dickere Shirts für kalte Tage haben kann, ohne gleich eine Jacke verwenden zu müssen. Außerdem ist Merino wie Bambus sehr hautfreundlich und prinzipiell ebenfalls ein Naturprodukt. Doch hier kommen wir zum Knackpunkt. Merino wächst nicht wie Bambus in Wäldern und wird auch nicht wie Polyester in einer Fabrik hergestellt. Merino kommt von Tieren, nämlich den sogenannten Merino-Schafen. Eigentlich kommen Merino-Schafe aus Nordafrika und Spanien. Doch der Hauptteil unserer Merino-Wolle kommt heute nicht mehr aus Marokko, sondern aus Australien bzw. aus Tasmanien. Und hier geht es hart zu. Denn Merino ist ein wachsender Absatzmarkt und der wird immer gigantischer. Jeder will Merino. Jetzt auch im Sommer. Die Schaffarmen werden deshalb immer größer und damit auch das Leid der Tiere. Denn wer bei Merino-Schafen an den verzottelten Bauern mit dem noch verzottelteren Schaf denkt, täuscht sich. Tiermisshandlung, Musing und Co. stehen in Australien bei allen Farmen auf der Tagesordnung. Es ist Folter. Doch es gibt ja das Responsible Wool Certificate. Ja, das stimmt. Und das ist Müll. Denn das Responsible Wool Certificate gibt an, dass die Wolle unter strengen Auflagen geschoren wird und dabei auch die Tierhaltung einwandfrei sein muss und so weiter. Ja, und wer kontrolliert das? Die Hersteller selber. Und wann kontrollieren sie es? Fast gar nicht. Und wenn, dann nur mit langer Ankündigung im Voraus, damit keine negative Presse erzeugt werden kann und alle Spuren bereinigt werden können. Ein Label, das nichts wert ist, auch genannt Greenwashing. Wer nicht weiß, was Musing ist, kann das gerne mal googeln, aber Vorsicht, das ist harter Stoff. Ein weiterer Nachteil an Merino ist, dass die T-Shirts in der Regel ein ganzes Stück teurer sind als gleichwertige Alternativen im Bambus- oder Polyesterbereich. Das liegt vor allem daran, dass die Platzhirsche in der Herstellerliste einfach stets nur teure Produkte vertreiben und dieses System eben auch fortführen. Die Margen sind bei Merino enorm. Hier also auf die Pro- und Contra-Liste geblickt, zeigt sich, Merino hat eigentlich sämtliche Vorteile von Bambus, was natürlich genial ist. Außerdem kommt hinzu, dass der ökologische Fußabdruck im Gesamtbild etwas geringer ist als bei Bambus. Die Nachteile liegen aber auf der Hand. Merino ist deutlich teurer und mit der Massentierhaltung und der Tierquälerei eine echte Sauerei. Also wie man es macht, macht man es falsch? Naja. Zugegeben, Bekleidung ist nie super fair, ökologisch und nachhaltig produziert. Unsere Baumwolle-T-Shirts genauso wenig wie die Sportshirts. Somit müssten wir auch immer das gleiche schlechte Gewissen haben und nicht nur beim Sport. Trotzdem haben die ein oder anderen Materialien Vor- und Nachteile. Was man jetzt letztlich nimmt und kauft und wofür man sich selbst entscheidet, das bleibt immer einem selber überlassen. Und natürlich gibt es auch noch viele andere Materialien, die mittlerweile etwas bekannter werden. Ich denke da zum Beispiel an Hanf. Jedoch reden wir hier wirklich noch von Randprodukten beziehungsweise Nischen. Mal sehen, wie sich da der Markt entwickelt. Welche T-Shirts tragt ihr so in den Bergen? Baumwolle, Polyester, Bambus, Merino, Hanf? Oben oder ohne? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und wie immer Bergheil!